Hallo und Willkommen mit seiner Folge League of Legends. Heute wieder eine Runde Earth mit Shen diesmal. So und so und so. Und Toplane. Achso. Was geht schon los und dann doch nicht. Wer immer da landet, der hat glaube ich schon ein Problem hier. Kann ich auch ein Board reinstellen. Leute, da macht was draus. Ich mache einen Rückzug. Ich habe mal auf jeden Fall einen Flash gehört. Auch noch einen Flash. So, kommen wir nochmal wieder. Vielleicht passiert da noch was. Weißt du das eh, die sind eh Leute Duo und Bot. Von daher... Ops. Jetzt sind wir eh schonmal nicht Toplane und Mitte. Ich bin ja jetzt Shen eigentlich auch nicht. Von daher bleibe ich glaube ich eh auch hier oben. Ich hoffe, dass ihr irgendjemand anders auf die Botlane verpisst. Äh, auf die Mitte verpisst. Okay, Shen Shen. Verständlich hier oben bleibt natürlich ein bisschen nervig, weil Tornado bricht natürlich mal eh ab. Was steht am Wort, ne? Wir haben Vladimir hier oben. Ja, cool. Vladimir ist das auch im Ödgegen nicht ganz so geil, wa? Ein Gegner wurde getötet. Und wir haben die beiden nervigsten hier oben eh, toll. Wir sind uns einig. Wir sind uns einig. Wir haben gebrochen. Gibt mir noch nicht viel. Wenn wir mit den Genern soviel Schaden eh. Vielleicht hätte ich mal die Fotos schon ausgewandelt. Ein Gegner wurde. Er sagt, wie heute wird es 2 werden. Weil ich... Das bringt mir das ran zu torten. Und dann Saule attacken. Weil man auch attacken kann. Damage machen. Nooo. Ich hab... 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 Die Serien drücken wir da nicht so viel. Das bringt halt nicht mehr. Wenn du den Arsch nicht vorwärts bewegst, dann machen wir halt nix. Ja, das lernst du rein, weil... ja seit er sich oben ist halt einfach zu hart kommen damit im agenda das problem ich habe den zu tun nicht unter der wegrennt funktioniert war doch bis zwei weg war es ein bisschen nervig oben das hat fängt jetzt weiß ich auch das ist ein scherz hat konnte bekommen ich meine interwarten kann das auch so nervig es muss getan werden wir haben wir wieder aber stelle 17 für das team und von daher wir gravers als man schon gut zeug bei meinem wohnen es ist jetzt die torte momentan nicht tun kann und das ist schon wieder tot was soll ich auch nicht helfen ja Bodlin gewinnt ein Gegner wurde getötet und Messerfarmklingel am Tauber ja auch nicht, ne? na, egal, mein Name irgendwie also die Ultras eben haben wir die Ultras der hat seinen eh nicht getroffen kriegt kein Assisten dafür? das ist schon ganz schön frech weil wir gerade teleport einsetzen oh lol ja genau das hab ich Ult obwohl das ist gerade leider gestorben und dann brauch ich auch nicht Ulten das war's mit meiner Ult aber fast durchgekommen was soll ich es machen? was soll ich es machen? schade daher haben wir zu viel range für mich also mit der würde ich gewonnen ja, der Ultrat wird ne? ja, jetzt bin ich gerade noch ab dann kann ich nicht toten doch kann ich okay also ja, das ist einmal ein fett die Leute, die Leute, die machen das also er ist fett tschüss James ich hab auch die Erfahrung mit bau mal ich hätte schnell reagiert ob ich den überhaupt glaubt einem demanding annotation das ist tot dann bin wir trotzdem tot und dann brauchen wir mal was gegen cc dann braucht man nicht technik wenn ich will den blutrausch dann haben wir unten ab und oben auch da kann die tauren die porsche ein taub wird irgendwie für dich das ist auch nicht so stark ist nicht so dass sie mit der jüngste gut falten kann er sagt er hat sich getroffen so warte fakt das war voll drauf das leben das leben melton sitzt auf jeden fall mal so gar nicht hält aus dem schatten aber getroffen es muss getan werden was sagt der quack werden gegner gewesen sehr nervig mit ihren scheiß lautlos 1700 brauchen wir ich weiß nicht nur seite gerade das war das auch fett immer das ist ja hey wie sehen wir noch großartig wenn den dünnen 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 gehen wir noch nämlich dem kommen wir jetzt hier gar das glaube gar nicht nur ein großes jemals zu ändern so das ding ist wir brauchen wir kriegen viel zu viel damage weil wir keine arme haben weil nur leben bringt einen auch nicht viel assisten ist das wichtiger jetzt den besiegen wir doch noch nicht den wir noch besiegen es ist weiter mit auch groß angemacht und der tornado ist ach komm also so ärgerlich wir haben letztendlich einfach so eine gute eine wenige hat auch das verständigen darf mit fucking jenna auch auf den land bekommen aber er ist tot Alle gegen Base. Genau, wieder Base. Alleine machen wir nicht viel. Oh, muss ich den Ränger wahrnehmen, ne? Boah, meinte. Ui, haaa, Klos, ey. Na gut. Wie hättet ihr den gekriegt? Aber erst muss ein Loblierer als ihr, Leute. Guck mal, da unten hat er einen Helmholt ein für den Tor oder so. So, dann fahren wir los. Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö schade statt zu werden aber das spieler gewonnen das ist eine bombe auf den aufwerfen mehr so tot macht also das bringt euch das macht gar nichts bedeutet dass das Ding noch holen, mit Damage und Rüstung, ja, ne, was wird noch zukommen, ne, und, ah, hätt ich ulti aber nicht ganz ehrlich, wenn ich da rein ulti bin ich selber tot, hm, erstmal Bluboff hat jeden, bringt es nämlich, äh, Mana und Fähigkeitstermost, richtig, da brauchen wir nämlich beides fürs Team, find ich, die müssen den Bluboff irgendwie ändern für Urf, oder macht er sogar vielleicht irgendwas anderes in Urf, da bringt er wirklich gar nix, der ist komplett gewusst, aber nicht, oder bringt er ja irgendwas anderes, ne, es kommt so plätt, kackle, das Ding, hallo, 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 ich habe es dann, ob das, ob das tot, da war ein Schild gehabt, der Typ, hallo, 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 hallo für uns nicht so das beste Spiel, weil er hat ein bisschen scheiß Daymatch ab. Wenn er da nicht viel macht, dann ist es halt später nach auch irgendwas zu machen. Weil du einfach nicht fett bist. Aber dafür haben wir es eigentlich ganz gut geschlagen, finde ich. Dann finden wir das Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.